Ungefähr Entfernung Prozent 600 Meter geschätzt Können mehr sein so gut, da wo die Landebahn aufhört Scheiß, das war kein Spieler Nein, der war ein Spieler, hundertprozentig Oder auch nicht Schade, ich dachte, ich habe ihn Ich dachte, ich habe ihn aus seiner Deckung geholt Wenn er oben ist, muss er sich nur bewegen, dann habe ich ihn Nur einen Blick riskieren Oh Ich habe ihn zu klein und zu Das Gebäude darf ich allerdings auch nicht aus der Ast lassen Ach, scheiße So Mit Zoom bitte nochmal So Das ist auf jeden Fall ein gutes Versteck für alle, die looten wollen Also für alle, die um die abzuschieben abschließen, die looten wollen So habe ich wieder Also habe ich echt kurz die Aufnahme beendet, wo ich Ähm Ich habe halt den auch mal aufgedrückt Ich weiß leider nicht wann, als ich weiß jetzt nicht, was verloren gegangen ist Wir sind auf jeden Fall hier gerade auf der Jagd, nachdem der wahrscheinlich da drin hockt Oder da oben drauf Oder da oben drauf Was ist das? Ach ein Hase Das ist noch der restliche Loot Das Auto ist weg Okay Okay Ich versier's jetzt einfach Kann er jetzt nicht ewig warten Ich meine, ich will aber noch ein Let's Play Das darf man nicht vergessen Das ich weiß es ist so ganz blöd die Läufe aufzustehen, aber ich muss den Rest suchen. Hier. Geld. Noch 100. Wenn der jetzt umgeiler drin liegt, dann werde ich mich der selber reinlegen. Ich glaube das ist nicht bei mir. Schießt er überhaupt an, das hört sich so komisch an. Ich weiß nicht ob das Auto weg ist, also ich weiß nicht ob sich das hier gekrallert hat oder ob es... ähm, ja, despond ist. Weil das hätte ich echt gern gehabt. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Ich muss kurz warten. so auf jeden Fall ich gefällt das als Jahr neben Projekt neben S&P nur so kommt jeden Tag oder jeden zweiten Punkt weiß noch nicht um ja ich wusste was ich sonst auch sagen soll so 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 jo Aufkaufen, ja. Oh. Oh.